Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Rallye WRC 5 bzw. WRC 2015 mit dem letzten Saisonlauf. Der ist unserer dritten Saison. Wir sind Weltmeister, wir können also den letzten Lauf einfach nur genießen in Wales und... ...wird es trotzdem nicht in die Länge ziehen? Nein, ich will nicht in die Rallyeschule. Ich will das alles überspringen. Ich bin Weltmeister. Näh, 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 näh. Egal. Ähm, so. Die Notizkuppe weist auf eine Kuppe hin. Ich weiß, es war jetzt nicht lang, schnell genug lesen, aber ich hätte schon mal nichts anderes steht da. So, zwei WPs, eine WPs und dann drei WPs. Und wir starten zumindest schon mal bei Sonnenschein. Das ist schon mal viel wert. Schnelle von Bäumen gesäumte Waldstrecken sind technisch nicht schwierig, werden aber durch lammige und rutschige Bedingungen erschwert. Eigentlich traditionell Wales, der letzte Saisonlauf. 2016 ist das nicht, wie schon mal 2006 auch nicht. Und, ähm... Nein, war es 2006? Ne, 2005 war es nicht. 2005 war, wie dieses Jahr auch, Australien der letzte Saisonlauf. Ähm... Sagen wir es, dafür rutscht Wales in den September rein. Im November ist halt das besondere Feeling, die nassen, schlammigen Straßen. Es ist kalt, es kann auch mal glatt werden. Es liegt auch mal hier links und rechts ein bisschen Schnee neben der Piste. Im September hat man das eigentlich alles nicht zu erwarten. Da wird das... Weiß nicht. Naja. Immerhin ist Wales noch dabei, weil auch die Rallye Wales, obwohl es zu den Traditionsrallyes gehört, ähnlich wie Schweden, große finanzielle Probleme. Drei, mach zu, links, zwei, öffne sich! Für Hörbare, rechts, nicht schneiden, auf, spitzrecht, auf, spitzlink, links, spitzrecht. Und so ist man dann wahrscheinlich einfach froh, überhaupt dabei zu sein und nicht hinten runtergerutscht zu sein. Guter Cut, würde ich jetzt mal behaupten. Schickade, rechts, links, auf, spitz, links, zwei, minus. In, links, zwei, auf, rechts, drei, kurz. Für rechts, drei, lang, wach zu, in, links, zwei, auf, rechts, zwei, steigen. In, abzeigung, rechts, ein, auf, rechts, zwei, steigen. In, abzeigung, rechts, ein, auf, links, zwei, steigen. Und, geschah! So, Oshie. Also wir haben gewonnen vor Oshie, Mieke, Prokop und Lorenzo Bertelli. Ostberg auf Position 9 und Alquasimi auf Position 14. In der WRC 2 Lappi, Vorkameli, Krämer, Hirschi und Craig Preen. In der jüngeren WM Rossel vor Gilbert, Lukas, Mutawa und Riedemann. Aber es war ja auch erst die erste Etappe. So, EWP 2 am Straßenrand gestapelte Baumstämmen muss unter allen Umständen ausgewichen werden. Ach was, sonst geht es einem wie die Renoville letztes Jahr, 2015. Der ist voll reingekracht. Und so, die nächste Etappe ist Hefrin, 5,94 Kilometer lang. Auf wen warten wir? Los geht's. Nein. Die Seite vom Schild vorbei. Auf, rechts, links, zwei, Minus. Für links, drei, auf, Gruppe, Wachstum, links, zwei, Minus. Auf, rechts, drei. Auf, Sprung. Für, Gekar, links, eins. 60, rechts, drei. Auf, Sprung durch Wasser, links 4, macht zu, links 2. 50, Achtung, rechts 1, plus in, links 2, plus. Auf, rechts 1, minus, nicht schneiden, öffnet sich. In, links 3, minus, sehr lange, macht zu, in, rechts 5, auf, links 1, minus. Auf, rechts 1, minus, nicht schneiden, öffnet sich. In, links 3, minus, sehr lange, macht zu, in, rechts 5, auf, links 1, minus. Auf, rechts 2, öffnet sich, halten. Auf, links 1, in, rechts 4. Auf, Abweichung, rechts ab, nicht schneiden. Für rechts 5, auf, rechts 3, minus, innen, Kuppe, auf, links 3, minus, kurz, auf, spitz links. Für rechts 3, minus, kurz, in, links 2, plus, macht zu, lange. Für rechts 4, auf, spitz links, in, Kuppe, in, links 2, lange. Auf, links 3, plus, in, rechts 3, macht zu, rechts 1, minus. Haben wir uns endlich die Startnummer 3 ausgesucht? Für rechts, spitz rechts, 50, Gruppe, in, rechts 2, auf, rechts 4, minus, auf, Gruppe, links 3, minus, in, rechts 2, halten, auf, links 2, öffnet sich. Für rechts 2, öffnet sich, halten, auf, links 1, in, spitz rechts, auf, links 4, in, rechts 5, steigen, in, links 3, minus, für rechts 2, plus, macht zu, rechts 1, auf, rechts 2, minus, in, spitz links, lang. Na, gegen den Baum gestoßen, das war jetzt nicht so prickelnd. Auf, links 1, plus, macht zu, auf, rechts 4, 50, Achtung, Bremse, rechts 3, minus, Sprung, in, links 5, auf, rechts 3, minus, macht zu, in, links 2, kurz, auf, Sprung, für links 5, auf, Achtung, Abzweigung, rechts 1, kurz, auf, links 1, kurz, auf, links 1, Gut, in, rechts 3, plus, auf, Sprung, rechts 3, rechts 2, in, links 2, kurz, in, rechts 1, plus, auf, links 1, führ, links 1, plus, auf, rechts 4, in, Gefahr, rechts 2, macht zu, in, links 1, in, rechts 2, pulst! doch ein bisschen hart gekattet, zum Glück. Instatt 5 Sekunden nur quasi ein zurückgesetzt worden. In, links, 1, auf, rechts, 2, Minus, und zu Geschäft. So, nächste Bestzeit knapp vor Mikkelsen, Ostberg, Riva und Ogier. Damit sieht die Gesamtwertung so aus. Wir führen jetzt 3,1 Sekunden vor Mikkelsen, dann 3,4 Ogier, Mats Ostberg 4,4, Yachim Latvala 7,7, Chris Meek zurückgefallen auf den 8. Platz, Al-Qasimi auf den 16. Platz. Lappi führt weiter in der WRC 2 vor Camilli, Preen, Hirschi und Grämer. Und in der Junior-WM führt Ghebert vor Riedemann, Rossl und Weibi sowie Daniel McKenna. Zurück ins Wohnmobil. Stimmt, in der Junior-WM geht es ja auch noch um den Titel. Auf WP 3 regnet es. Dafür ist es eine reine Asphalt-WP. Und mir ist auch auf der zweiten Etappe jetzt nichts zu fahren. Also starten wir das gleich. Die Einführung der Waldstrecken im Jahr 1960 verwandelt in das Erscheinungsbild der Rallye. Genau 3 Kilometer Great Orm heißt die Etappe. Lass im Asphalt. Los! Bereit dich! Spitz rechts hin! Links vier Flussbremse! Auf! Rechts zwei Fluss! Macht zu! Rechts ein! Auf! Links zwei! Macht stark zu! Links eins! Auf! Spitz rechts! In links eins Fluss! Auf! Rechts zwei! Lang öffnet sich! Auf! Links drei! Auf! Links zwei! Minus! In rechts zwei! Steigen! Auf! Links vier! Auf! Rechts fünf! Auf! Links vier! In rechts drei! Bremse! Macht zu! Rechts ein! In links zwei! So ich kann einfach so besser fahren. Auf! Rechts fünf! Sieht man zwar weniger vom Auto, aber... Links zwei! Kurz! In rechts zwei! Auf! Rechts drei! Minus! Auf! Links zwei! Auf! Links drei! Bremse! Macht zu! Links eins! Auf! Rechts eins! Minus! Nicht schneiden! Für rechts ein! In links eins! Plus! Öffnet sich! Für rechts drei! In links drei! In rechts zwei! Für links zwei! In rechts drei! Minus! Auf! Haarnadel! Rechts breit! Für Haarnadel! Links! Für gucke! In links zwei! Plus! Halten! In rechts zwei! Minus! Halten! Auf! Links zwei! Plus! Auf! Rechts drei! Minus! In links drei! Minus! Auf! Rechts ein! Der Kopf! In links zwei! Auf! Rechts drei! Macht zu! Rechts zwei! Plus! Auf! Haarnadel! Rechts breit! In links zwei! Plus! Halten! In rechts zwei! Minus! Halten! Auf! Links zwei! Plus! Auf! Rechts drei! Minus! In rechts! In rechts drei! In rechts drei! Mach zu! Rechts zwei! Plus! Für links drei! Kurz! In rechts drei! Bremse! In Haarnadel! Auf! Haarnadel! Rechts! Für rechts fünf! Auf! Spitz links! In rechts drei! Macht zu! Links drei! In rechts fünf! Und geschafft! So! So! Wo stehen wir? So! Wieder eine Etappe gewonnen! Vor Martin Brokop! Und einem Hyundai-Fahrer! Und ich hoffe er... Okay! So da! Fertig mit Dani Sordo! Dann Oje und Latvala! Sieht in der gesamten Folge aus! Oje jetzt wieder zweiter! 4,4 Sekunden hinter uns! Dann Mikkelsen 6,7! Latvala 9,4! Ostberg auf Position 5! 11,1! Chris Meek! Zweiter zurückgefallen auf Position 10! Und... Karl Alquassimi auf Position 16! WRC 2 führt weiterhin Lappi jetzt vor Craig Preen! Dann Camilli, Hirschi, Allen und Krämer Sechster! Junior-WM führt Schibert vor Riedemann, Weiby und Rosl sowie Cornel Lukasch! So, wir springen zurück in den Service Park, wo jetzt... Und danach halt in die letzten drei Etappen... Da habt ihr es gehört! Schwert! 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 Diffenant! Oder Diffenant! 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 Äh... In links 3! Macht Zug! Gefahr! Sprung! Auf! Sprung! In links 4! Auf! Rechts 2! In links 2! Auf! Auf! Spitz! Auf! Spitz! Bremse! In links 1! Plus! Durch Wasser öffnet sich! Für links 2! Minus! Schneiden! In rechts 2! In Gruppe! Macht Zug! Auf! Links 2! Minus! Macht Zug! Auf! Rechts 2! In Gruppe! Auf! Achtung! Sprung! In rechts 5! Auf! Gruppe! Links 3! Link! Rechts 3! Minus! Durch Tor! Macht Zug! Rechts 2! 80! Gruppe! Für rechts 3! Plus! Macht Zug! Rechts 2! Auf! Links 2! Lichtschneiden! Auf! Achtung! Links 1! Lichtschneiden! Auf! rechts 1! Linkschneiden! Für rechts 4! Für Gefahr! Bremse! Links 1! In rechts 5! Für links 3! Links 1! Minus! Halten! Auf! Rechts 3! Sehr lang! Macht Zug! Auf! Auf! Gefahr! Fahrladen! Links! Breit! 14! Truppe! Spitz! Links! Auf! Auf! Bis rechts! In links 5! Lang! Auf! Rechts 5! Auf! Links 4! Vollbremsung! Auf! Fahrladen! Auf! 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 Rechts 3! Minus! Lang! Macht Zug! Rechts 2! Minus! Auf! Links 3! Macht Zug! Links 2! In rechts 4! Achtung! Fahrladen! Auf! Fahrladen! Nicht schneiden! Richtig! Rechts 3! Minus! Nicht schneiden! Oh! Nur 8! 3,08 Sekunden! Gewonnen hat Hayden Patton für Öttenak und Dani Sordo! Damit sieht die Gesamtwählung gefolgt aus! Wir führen nur noch 2,3 vor Uschi! Dann Mikielsen! Latvala! Tenak! Ostberg nur noch 6. Al-Qasimi 14. Chris Meek nur noch 16. WRC 2! Lappi führt vor Green Camille, Krämer, Arlin Hirschi ist aus den Top 5 rausgerutscht! In der Junior-WM Schilbeer vor Riedemann und Weibi sowie Johann Rossel und Daniel McKenna! WP 5! Am Straßenrand gestapelte Baumstämme muss unter allen Umständen ausgewiegen werden! Bla 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 bla! Klar! Die Tafel ist jetzt ein bisschen länger! 20 bis rechts auf! Links 5 minus! Auf! Links 2! Auf! Rechts 3! Für Achtung! Bremse! Links 3! Mach zu! Links 1! Wow! Für Achtung! Für Achtung! Schikade rechts links! Auf! Achtung! Rechts 4! Macht stark zu! Rechts 1! Auf! Links 2! Minus! Öffnet sich! Auf! Gruppe! Los! Statt mal ganz nach vorne! Auf! Links 5 minus! Auf! Links 2! Auf! Rechts 3! Für Achtung! Bremse! Links 3! Macht zu! Links 1! 40! Links 3! Halten! Auf! Rechts 2! Bremse! Auf! Rechts 1! Minus! 40! Links 1! Macht zu! Für Achtung! Schikade rechts links! Auf! Achtung! Rechts 4! Macht stark zu! Rechts 1! Auf! Links 2! Minus! Öffnet sich! Auf! Gruppe! In! Links 3! Minus! Auf! Bremse! Rechts 3! Abzahlung! Macht zu! Auf! Rechts 5! Macht zu! Rechts 2! In! Links 3! Auf! Rechts 4! In! Links 2! Mach zu! Links 1! Auf! Rechts 1! Minus! Auf! Bodenwelle! Innen! Links 3! Lang! Macht zu! Links 2! Lang! In! Rechts 2! Halt! Hüchte! Fahrraden! Links 4! Auf! Achtung! Rechts 4! Macht stark zu! Rechts 1! Auf! Links 2! Minus! Öffnet sich! Für! Rechts 1! Auf! Abzahlung! Links ab! In! Rechts 2! Plus! Auf! Links 2! In! Rechts 2! Für! Gefahr! Links 3! Plus! Auf! Links 3! Minus! Auf! Bremse! Links 2! In! Rechts 1! Minus! Öffnet sich! Für! Fahrraden! Links! Für! Spitz rechts! Macht zu! Rechts 2! In! Links 2! Auf! Links 2! Auf! Links 2! In! Rechts 4! Halten! Für! Links 2! Auf! Spitz links! Bremse! In! Rechts 3! Plus! Macht stark zu! Rechts 1! Plus! Bereit nicht! Links 2! In! Rechts 4! Auf! Fahrnase! Rechts breit! Nicht schneiden! In! Links 3! Auf! Rechts 4! Achtung! In! Links 5! Macht stark zu! Links 1! Auf! Rechts 5! Macht stark zu! Fahrnase! Rechts! Für! Links 1! Lang! Auf! Rechts 1! Für! Links 2! Plus! 50! 100! Achtung! Rechts 1! Minus! Auf! Sprung! Spitz links! In! Spitz rechts! Für! Links 2! Macht zu! In! Rechts 5! Auf! Links 2! Auf! Links 2! Auf! Links 2! In! Rechts 1! Auf! Links 4! Macht stark zu! Links 1! Auf! Rechts 5! Auf! Achtung! Fahrnase! Rechts breit! Für! Achtung! Links 3! Minus! Macht zu! Links 1! In! Rechts 3! Macht zu! Rechts 2! Steigen! Für! Links 2! Auf! Rechts 2! Auf! Rechts 2! Links 2! In! Rechts 3! In! Links 2! Halten! Auf! Abzweigung! Rechts ab! Auf! Links 2! Auf! Spitz rechts! Links 2! 4! Rechts 1! Steigen! Auf! Links 3! Minus! Öffnet sich! Auf! Auf! Links 3! Plus! Lang in! Rechts 3! Plus! Öffnet sich! Auf! Spitz links! Lang! Auf! Gefahr! Vollverlösung! Rechts 3! Links 1! Überbrücke! Sehr eng! Auf! Links 1! Bereist dich! Kuppel! Auf! Rechts 2! Plus! Macht zu! Und geschafft! Sieh! Musik! ensed Sieh! Quark! Schlag, Sieh! Das ich82! Ich will! Auf! เห Safe, 옷, Taft! Sieh! Lappi führt vor Kamili, Krämer, Hirschi und Craig Breen. In der WRC 2, in der WRC 1 führt jetzt Riedemann vor Jill Bear und Ole Christian Weibi. Unsichere Bodenhaften auf einzelnen Stellen, die mit Schlamm oder Eis bedeckt sind, kann eine Falle für Unvorsichtige sein. Ja, das ist dies jetzt nicht mehr der Fall, denn das Eis fällt weg, weil im September, glaube ich, ist es in Wales dann doch zu warm für Eis und Schnee. Jetzt fahren wir nochmal die Etappe von morgens als Powerstage. Weiß nicht, ob wir es das schaffen, diesmal besser abzuschneiden wie heute Morgen, weil ich habe jetzt eigentlich nirgendwo extrem viel Zeit verloren. Auf, Spitzrecht, Bremse, in, links, eins, plus, durch Wasser, öffnet sich. Für links, zwei, minus, schneiden, in, rechts, zwei, in, Gruppe, macht Zug. Auf, links, zwei, minus, macht Zug, auf, rechts, zwei, minus, in, Gruppe, auf, Achtung, um, in, rechts, schwind, auf, Gruppe, links, drei, hin, rechts, drei, minus, durch Tor, macht Zug, rechts, zwei, minus, 80, Gruppe, für rechts, drei, plus, macht Zug, rechts, zwei, plus. Auf, links, zwei, nicht schneiden, auf, Achtung, links, eins, minus, nicht schneiden, auf, rechts, ein, nicht schneiden, für rechts, vier, für Gebrauch, Bremse, links, eins, auf, rechts, fünf. Für links, drei, minus, halte, auf, rechts, drei, sehr lange, macht Zug. Auf, Gefahr, Haarnadel, links, breit, 14, Gruppe, Spitz, links, durch Wasser. Auf, Spitz, rechts, in, links, fünf, lang. Auf, rechts, fünf, auf, links, vier, Vollbemse, auf, Haarnaden, links, auf, rechts, drei, minus, lang, macht Zug, rechts, zwei, minus, auf, rechts, fünf, auf, links, vier. Auf, rechts, zwei, minus, auf, rechts, drei, schwind, auf, links, vier, Vollbemse, auf, Akten, links, links. so damit sind wir im ziel haben die rallye beendet ja wieder nur achter vier sekunden wo sie gewinnen damit verlieren wir die rallye gegen us die platz war der dritte michelsen für der ostberg fünfter dann neuwill tenak galpassimi lorenzo bertheli holt zwei pünktchen vor chris meek so isa pekalapi gewinnt vor camille krämer und hirschi sowie stefan lefevre in der wac2 gewinnt gönntensche wer vor christian friedemann und odo christian weiby so machen sie bereit für die bereit nur mal zwei so wir haben die weltmeisterschaft gewonnen vor osi ostberg dritter geworden latvala führter dann micky sind dann jerry neuwill noch vor chris meek hayden petten juri broters auf elven evans sogar noch in die top ten gekommen ein punkt zehn pünktchen vor dann quatsch 15 vor dann ist auto der ist an al quasi vor der punkte geholt hat nein quasi mir liegt vor ihm guckt man muss man muss auf die punkte achten fällt mir gerade auf also wir vor osi ostberg latvala micky sind neuwill chris meek hätten petten petten juri broters auf elven evans dann karlit alquasimi dann ist sordo prokop nein dann ist sordo öttenak prokop löp bertelli kubica keine ahnung so in der fahrerwertung der wac2 in der salatia weltmeister vor ketomag abdulatschisch alkouwadi und eamon bolland nicolas fuchs fünfter kam erika meli trotzdem noch vor isa pekka lappi nein quatsch zwei pünktchen hinter isa pekka lappi vergisst es dann erika meli siebter und armin kremer achter weil rigoban und olexi kikereschko schließen die top ten ab in der junior wm ole christian weilby hinter quentin schilbert den titel doch noch holt auf den letzten metern christian redemann unangefochten tritter so in der teamwertung citroen stand schon fest vor volkswagen dann das volkswagen motorsport 2 team punkt gleich mit hyundai world shellworld rally team dann das wird sie dann das m sport vor hyundai motorsport n dann ist der chipokar äh wo haben wir chipokar 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 der kamer das fukmati team und dann das robert kubica team so wac2 in der salatia vor dem mark youth and sports skoda und erika meli und äh das war die saison noch einmal kurz revue passieren lassen vierter in monte carlo dann der erste richtige offizielle wac sieg in schweden dann wiederholt in mexiko und auch argentinien gewonnen portugal der vierte sieg in folge italien mussten wir uns dann das erste mal seit äh äh montecolo wieder uschi geschlagen geben in polen haben wir wieder gewonnen in finnland sind wir wiederum nur vierter geworden dafür haben wir dann die adac rally deutschland gewonnen vor äh dem coach die rally austral den haben wir gewonnen die rally korsika die rally spanien und in wales zum abschluss wieder zweiter das sieht doch nach einer guten so aus na gucken wir wir werden auf jeden fall noch eine saison fahren das habe ich mir überlegt ob der sendeplatz bleibt weiß ich denn diese woche auf jeden fall noch mit dem auftrag der nächsten saison am sonntag aber ähm dann ab nächster woche weiß ich noch nicht ganz genau wie ich da lust und laune habe ihr vertrag ist abgelaufen wir hoffen zukünftig mit ihnen zusammenarbeiten zu können so natürlich haben sie mir deswegen auch in einen weiteren vertrag unterbreitet ähm zu wenig bedingungen mspot bietet uns einen vertrag an mit dem fiesta ähm sowie uns hyundai einen vertrag anbietet auf dem i20 skoda äh volkswagen motorsport bietet uns einen vertrag an auf dem polo hyundai motorsport n und volkswagen motorsport 2 wir werden für msport fahren wir wechseln die marke wir wechseln das auto wir werden eine saison für msport unterwegs sein willkommen im team mit dem ford fiesta rs wrc 2015 und damit geht es dann also am sonntag weiter mit dem auftakt in montecarlo macht's gut bis dahin euer replika 666 hier 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 Vielen Dank.